Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Wantan-Suppe. Ein asiatisches Menü ohne eine schöne Suppe als Vorspeise ist fast unvorstellbar. Das ist schon fast das Wichtigste am Menü. Ein Beispiel ist die Wantan-Suppe. Eine leichte Brühe mit selbstgemachten Wantans. Für vier Personen als Vorspeise, zwei Personen als Hauptgericht werden folgende Zutaten benötigt. 20 Blätter Wantan-Teig aus der Tiefkühltruhe 250 Gramm Champignons Zwei Stangen Porree Zwei Zehen frischer Knoblauch Ein zwei Zentimeter großes Stück Ingwer Ein Esslöffel Erdnussöl 50 Gramm gesalzene Erdnüsse Zwei Eiweiß Drei Teelöffel Speisestärke Ein Esslöffel Sojasauce Salz 0,8 Liter Gemüsebrühe oder Instant-Gemüsebrühe Zwei Frühlingszwiebeln Koriandergrün Folgende Utensilien werden benötigt. Messer Schneidebrett Schüssel Wok Topf Zubereitung Die Wand-Tens Die Wand-Tannblätter auf einen Teller geben und mit einem feuchten Küchentuch abdecken. Die Wand-Tannblätter auftauen lassen. Die Champignons putzen, nicht waschen und in Stücke schneiden. Den Porree waschen, trocknen, den Wurzelansatz abschneiden und die welken Blätter entfernen. Dann klein schneiden. Den Knoblauch pellen und fein würfeln. Den Ingwer schälen und fein hacken. Knoblauch und Ingwer in eine Schüssel geben. Öl in einem Wok bis zum Rauchpunkt erhitzen. Die Champignons und dem Porree im Wok anbraten, aus dem Wok nehmen und in die Schüssel geben. Die Erdnüsse das Eiweiß und die Stärke dazu geben und verrühren. Salzen und mit Sojasauce würzen. Aus den Wand-Tannblättern Kreise ausstechen, 8 cm Durchmesser. Auf jeden der Kreise mit einem Teelöffel Füllung geben, ein Teelöffel reicht. Den Teig um die Füllung nach oben nehmen und zu einem geschlossenen Beutel formen. Etwas Wasser im Wok zum Kochen bringen. Den Dampfeinsatz in den Wok tun und die Wand-Tanns darauf legen. Den Wok abdecken und die Wand-Tanns 10 Minuten dämpfen lassen. Die Brühe Die Gemüsebrühe in einem Topf erhitzen. Die Frühlingszwiebeln waschen, trocknen, den Wurzelansatz abschneiden und die welken Blätter entfernen. In grobe Ringe scheiden. Die Wand-Tanns in die Brühe geben und heiß werden lassen. Den Koriander waschen, trocknen und putzen, die Blätter von den Stielen zupfen und grob hacken. Die Suppe in chinesische Suppenschalen anrichten. Mit Koriander dekorieren. Als Beilagen eignen sich Sojasauce, diverse Sambles. Diese Varianten gibt es. Man kann auch fertige Wand-Tanns verwenden. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!